Ich finde es persönlich sehr gut, wenn die jungen Männer mal was Sinnvolles tun. Schwierige Hunde wieder sozial zu integrieren, scheint mir eine gute Aufgabe zu sein. Sie sind eine Gefahr für die Gesellschaft. Nein! 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 Sie sind eigentlich nicht ich! Du entscheidest, ob du verletzt wirst oder nicht. Genauso wie du entschieden hast, dass du enttäuscht bist. Ich bin geboren in der Gitter. Ich war noch nie frei. Freiheit ist etwas, was du in dir trägst und nicht was außen ist. Wenn einer von den vier jungen Herren es schafft, sein Verhalten zu verändern, weil er mit ihnen gearbeitet hat, dann haben wir eigentlich schon viel erreicht. Aber der Geist, den Sie hier aus der Flasche gelassen haben, der ist gefährlich für die, die es nicht schaffen. Der Geist, den Sie eingesperrt haben. Der Geist, den Sie hier aus der Flasche gelassen haben. Der Geist, den Sie hier aus der Flasche gelassen haben. Der Geist, den Sie hier aus der Flasche gelassen haben. Der Geist, den Sie hier aus der Flasche gelassen haben.